äh, wow, das war echt krass Cortana oh, das macht mich jetzt fertig so, wo geht's lang? auf geht's, Freunde machen wir erstmal den Kram jetzt zu Ende oh, das ist so dunkel dead fair and warlike muss man der Elektrik-Handwerk, würde ich sagen alter, ist das creepy hallo? anyone in here, oh, dieses Leitnen oh, guckt euch das an, oh, es ist ein Augenweil hallo hör auf, keine Hand zu werfen, bist du? Freunde nicht in so einem Gang seid ihr denn des Wahnsinns oh, diese Grunts völlig, völlig verrückt ähm pscht, 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 pscht oh, okay, man ja rein Ich helfe euch schon Es ist so krass dunkel Wahnsinn Was hat Cortana zu dir gesagt? Viel Ich weiß es doch auch nicht Oh Gott, Fred Das ist so tückisch Was zur Hölle ist das? Oh Gott, irgendwas großes Ich habe es schon befürchtet Das ist sicherlich, das hält schon was aus Schau mal, man kann kaum ein paar Meter weit Guck, blablabla So Sterbt Wir haben auch nicht mehr so viel Munition im Grabiner Das sind ärgerlich An diesem Gang kann man sich echt verlaufen, glaube ich Auch hier Wir müssen weitergehen Wir müssen weitergehen Wir müssen weitergehen Ich sehe kaum worauf ich schieße. Leute, kann doch mal jemand hier eine Katze anmachen. Für die Glorie, ja, ja, am Arsch. Er hat aber irgendwie keine Granaten gehabt. Perfekt, wieder eine MP. Okay, cool. Das sollten wir hinkriegen, hoffe ich. Ist das dunkel, Leute. Das geht sehr kaputt. Und diese Jäger sind hier so... Wow. Ja, so ein bisschen, ne? Zurück auf Argent Moon ist nicht eine Option. Keiner ist die Kovenant in knappen Quarren. Dann verletzt, dass die Zentral-Kontrolle zu erreichen. Der Plan verändert sich an Asset-Denial. Wir schütteln die Argent Moon. Diese neuen Kovenant-Schiffe von Chilendama, die haben so... Was haben die da? Die haben so Boxen, die... Subufer... ... sich draufgeschraubt, keine Ahnung. Irgendwie... Scheiße... Bisschen viele. Was machen wir jetzt, Leute? Wir bringen das irgendwo hin, hoffe ich, oder? Also, was wann ihr für mich da seid? Schiff's Reaktor-Core is near here. Same plan as the perpetual devotion? We overload the Reaktor in EVAC. Ship explodes, destroying any ships nearby. The Reaktor is below the labs is ahead. We can use air ducts to travel between them. Marking the access panel. So... Stohle, oder nicht? Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal die Tür auf. Green 5 clearance. Accepted. Authorizing entry. Ach, das ist der Aufzug. Was ist das für ein Geräusch? The new arrivals say he's dead. Somebody cut the head off the Covenant. Bravo. Ja, dieser komische Spade-Lock. Ach du Scheiße. Und... Manche fragen sich jetzt, warum reagierst du bei Huntern so krass? Weil so super stark sind sie jetzt auch wieder nicht. Ähm... Also ich muss sagen, hier in Hero 5 hauen die schon ordentlich rein. Und vor allem habe ich festgestellt, die... Also da muss man wirklich aufpassen. Ohne Scheiß, die werden jetzt... Das Team auf jeden Fall ordentlich racken. Genau, da ist nämlich schon Linda down. Und Kelly auch. Und dann dreht er sich instant rum und ballert die auf mich. Ich suche mir jetzt erstmal die Granaten zusammen und gucke, dass ich hier irgendwas machen kann. Fred lebt noch. Gut, lebte. Ist der Jäger da drin? Ich versuche mal einen wiederzubeleben. Linda... Gut, Linda ist down. Weil die sind auf jeden Fall... Oh, da will ich jetzt nicht gemeinsam gut als Ablenkung. Ablenkung machte! Wie auch von uns? Stab mit! Ich runter wang ich hin. Schrauben entdeckt! Ja, hier liegen! Der!! Woppe geh! Der!! Wie Harding! 체ft! Ich habe deriv von mir vorование. Schematics show a path to the reactor through here. Let's go, Kelly. Let's go, Kelly. Let's go, Kelly. Let's go. Gut, das hätten wir auch geschafft. Ich fand es jetzt relativ intens, muss ich sagen. Ach, hier müssen wir lang. Gut, dann aktivieren wir das mal. Ja, einfach mal rein. Oh Gott, hier müssen wir wieder Spaten chargen. Wir gucken jetzt einfach mal. Jetzt fährt die Covenant aber auch, dass Jule es nicht gemacht hat. Ja, wir müssen rein. Das hilft nix. Station lock. Schauen wir mal an diese Kontrollen. Hier mal den Niedler. So, dann sehen wir den nämlich auch mal. Das war's dann auch schon wieder. Blasmo Pistol, die sieht übrigens total scheiße aus. Blasmo Pistol. Also, das ist jetzt nicht böse Command, aber die sieht echt ziemlich kack aus. Blasmo Pistol. Ich muss sagen, wir passen einfach mal weiter vor. Hier gibt's wieder ein BA, sehr gut. Besser könnte es nicht laufen. Besser könnte es nicht laufen. Okay, da ist ne Elite. Gute Fahr. So, du hast da nix verloren. Lass mich mal hier hoch. Oh, auf den Ring hier. Ach, ich hab da Geschütze. Krass. Gebt Ruhe, gebt Ruhe. Oh Gott. Erstmal die Schilder da. Ähm. Ist auch gut, wenn du da oben bist, aber also. Jetzt haben wir ganz noch da weg. Ähm. Oh. Oh Gott. Das ist auch ein General oder so. Ich kann echt nicht Rump out. Beziehungsweise mein Bumper ist so ein bisschen spack. So. Fuck. Wurde ich einfach weggesnipet. Leute, bitte rettet mich. Scheiße. Ja, genau. Jetzt werden wir alle sterben. Ja. Jetzt sind nämlich alle drauf gegangen und dann werden sie zum Checkmalzeug gesetzt. So kann's funktionieren. Ähm. Ist dann natürlich nicht ganz so cool, aber gut. Was schauen wir mal nach, ne? So. Komm, wir holen jetzt alle von ihren Scheißgeschissen mal weg. Okay. Cool. So. Da unten sind wir schon. Bäh. Fuck. Gut. Dann machen wir es halt von unten. Ähm. Was ist denn hier? Aus irgendeinem Grund konnte ich jetzt nicht weg. Schafft ihr es jetzt? Bitte bitte, Linda. Komm. Komm. Linda. Linda. Ich danke dir. So. Lass mal ein bisschen zurückziehen jetzt. Und dieser Scheiß. Boah. Der Sniper da oben. Den würde ich jetzt gern mal da weg haben. Ähm. Oh. Kelly ist da unten. Der Sniper da oben. Den würde ich jetzt gern mal da weg haben. Wo ist der Sniper da? Und tschüss. Mein Gott. Der ist mir echt auf die Hände gegangen. Na toll. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Äh. Shit. Da oben ist noch ein Sniper. Ähm. Vorsichtig entern. So. Und jetzt. Gib mir das Sniper. Und tschüss. So. Erstmal zurückziehen jetzt. Aber wir haben uns das Sniper. gesichert. Das ist gut. Dann kommen wir in der Mischa. Ein bisschen Schaden anrichten. Das Beam Rifle. Sehr nice. Oh Gott. Dreck mich wieder runter. Das geht so schnell manchmal. Haben wir den mal ordentlich reingedrückt würde ich sagen. Das fand er glaube ich nicht ganz so lustig. Oh oh. Keine Muni mehr. So. Dann würde ich sagen. Jetzt können wir mal rein enttanken. Im Prinzip. Ist hier jetzt nicht mehr so viel los. So. Okay. Nehmen wir das Beamrider nochmal mit. Das ist jetzt relativ voll. Dann können wir es mal aus den Spannungen machen. Ähm. Wo in das Schäden? Wollen wir denn? Einfach mal gucken. Auch hier. Ja. Dann mal los. Hier nehmen. Ja gut, dann wollen wir uns mal vom Bagger machen. Ich glaube hier wollen wir nicht zu lange bleiben.